Ich bin der totale Loser. Mit meiner Freundin ist Schluss, ich hause in einem Zelt und dann geht's mir auch noch so schlecht, dass ich mich tatsächlich durchchecken lasse. Und wer hat gerade Dienst? Das ist nicht normal. Was? Was hab ich? Du hast einen Penis. Oder zumindest glaub ich das. Es ist ein Penis. Wie du meinst. Dann zapfe ich dir mal ein bisschen Blut ab.